ich glaube der ist tot machen sie weiter wir sind keiner bis der weltweit eintritt müssen wir das durchziehen die letzten zehn mit laut mitzählen ich möchte dass sie ganz ruhig bleiben es muss nur es kommt am besten einmal kurz mit kommen sie bitte einmal kurz mit kommen sie bitte einmal kurz mit ich weiß vielleicht sollten sie einmal die v-bewegung machen das soll ja im allgemeinen beruhigen ich hoffe es doch mal ich hoffe es doch mal wenn ich beschwere ich mich bei der höchsten dienststelle steh auf fahr weiter hier mit nix zu gucken du kunde 10 9 8 7 6 5 4 3 0 1 und weiter und weiter steh auf warte was guckt ihr denn alle so hier wird nix zu gucken weg hier krankenwagen 21 22 23 24 27 28 29 30 ich muss deine mutter zwar nicht und weiter doch habe ich schon aber nur einmal egal trotzdem ich mag dich irgendwie jetzt bleibt am leben wenn es geht ich brauch das kindergeld und lappen jetzt bleibt am leben ich bin 25 26 27 8 20 nur zu schön dass ihr so weit zählen können und weiter ordner und er hat sich um ob die feuerwehr Feuerwehr! Was will ich mit der Feuerwehr? Wer brennt der Kerl? Ich bin der heiße hier, hallo! Wir haben ihn gerade herzlungen Rederbelebung gemacht und übernehmen Sie. Ich werde mich jetzt um den Patienten kümmern. Ein bisschen Abstand nehmen, bitte. Vom Tefibrillator, bitte. Bleiben Sie! Wir haben weggestanden, sowieso die ganze Zeit nur rum. Zivilisten müssten wieder alles machen, ne? Das ist ja... Das ist mein Sohn! Ihr um Ihren Sohn wird sich gekümmert. Der wird durchkommen. Junge, bitte macht das! Nee, da lebt er wieder! Er lebt! Es lebt wieder! Es lebt wieder! Oh, aber nur durch unsere tolle Arbeit. Ich hätte es keine Älterer ernten. Ja, durch unsere tolle Arbeit, ne? Genau. Weil der Mensch wieder immer schnell gebraucht hat, wie immer. Ja. Ich glaube, ihm geht es nicht so gut, Herr Merck. Ja, einen schönen Abend noch, die Herren. Der hätte, glaube ich, auch so... Wie sitzen Sie eigentlich in der Luft? Ja, vielen Dank. Vielen Dank.